Herr Cialo, Sie sind CDU-Direktkandidat, Sie sind aber auch Musikmanager und waren mal Sänger einer Crossover-Metal-Band. Sind Sie nicht viel zu cool für die CDU? Ich finde die CDU eine coole Partei. Was ja auch ganz interessant ist und irgendwie auch ganz lustig ist, dass Sie auch Musikmanager der Kelly Family sind. Was glauben Sie, ist die größere Herausforderung? Das Comeback der Kelly Family oder das Comeback von Armin Laschet? Also, schwierige Frage. Nein, nein, das sind unterschiedliche Voraussetzungen. Armin Laschet is on the way. Da ist nichts mit Comeback. On the way down. Nein, on the way up. Er ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Aber lassen wir uns nicht über Laschet reden. Laschet ist cool. Echt, auch cool? Auf jeden Fall. Sie waren früher mal bei den Grünen, interessanterweise, vertreten jetzt die Politik der CDU. Sie sind so ein bisschen wie Winfried Kretschmer, kann man sagen, nur dass Sie sich geoutet haben, oder? Also, ist ein lustiges Bild auf jeden Fall. Danke. Ich bin ja heute hier, weil ich will ja helfen. Ich möchte Sie unterstützen. Die CDU braucht die Hilfe. Ich biete mich an. Danke. Was kann ich tun? Also, erst mal danke. Weil Hilfe ist immer willkommen. Ja. Und die werden wir nicht ausschlagen. Hallo. Hier gibt es übrigens den besten Kuchen der Stadt. Der Mann weiß, wie man schleimt. Nein, das ist wirklich so safe. Darf ich euch das mal anbieten? Nein. Das wäre super nett. Kennen Sie den Mann? Ja, wir kennen ihn. Ja, den kennen Sie schon? So weit, ja. Und, wer ist das? Ja, jetzt nicht drauf gucken. Den Namen kennen die Leute, aber die Partei kennen Sie. Ist unser nettester Gast. Ehrlich? Die haben Sie doch gekauft vorher. Nein, ich war oft hier. Die CDU will ja vor allem die Gutverdiener entlasten. Erzählen Sie das auch in den Bürgergesprächen? Wir wollen eine starke Wirtschaft für Deutschland beibehalten. Aber es sind vor allem die Gutverdiener, die profitieren. Also, eine Regierung wird ja gebildet aus Koalitionsverhandlungen. Und es wird niemals die CDU allein regieren. Und da werden also noch andere Parteien kommen. Also, wir hoffen auf die Koalition mit einer vernünftigen Partei. Nein, nein, nein. Aber man muss das natürlich realistisch sehen. Muss ein bisschen Gaf geben. Wie hieß das nochmal? Nicht mit dem Schlafwagen zum... Genau, kein Schlafwagenwahlkampf. Keinen Schlafwagenwahlkampf. Gehen Sie denn wählen? Gehen Sie wählen? Jetzt machen Sie keinen Fehler. Wir sind kurz davor. Wir sind kurz davor. Ja, ich weiß. Also, nee, ich überlege immer noch, ob ich wählen. Mein Mann, ob wir überlegen. Nein, Sie müssen wählen. Ich weiß, aber das ist keine Alternative für mich. Ich kenne Sie nicht. Ich will jetzt nichts gegen Sie sagen. Ja, aber Ihre politischen Leitfiguren. Wie meinen Sie jetzt? Na, alle. Früher war ich mal grün, aber es ist alles schon... Aber was genau löst du denn? Früher waren Sie mal grün? Er war auch früher mal grün. Da gibt es eine Gemeinsamkeit. Also, wählen Sie ihn. Aber die Grünen sind nicht... Ich habe doch schon... Ja, er war ja auch früher grün. Er ist jetzt nicht mehr. Ja, aber das ist ja das Traurige. Die Grünen sind ja auch nicht mehr grün. Ja, er ja auch nicht. Nein. Das ist es doch. Wir haben die Frau im Sack. Hier, bitte schön. Nein, danke schön. Nicht? Wählen Sie nicht die CDU? Nein. Wissen Sie schon, wen Sie wählen? Ich weiß schon, wen ich wählen. Und wen? Die SPD. Jetzt ist die Zeit für den Wechsel. Schön, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Dankeschön, das freut mich sehr. Aber was ist denn am ehesten deine Partei? Guck mal, du hast jetzt hier... Meine Partei am ehesten sind tatsächlich... Mach jetzt keinen Fehler, Diggi. Mach keinen Fehler, Alter. Alter. Also, ich würde mit meiner Zweitstimmung auf jeden Fall die Tierschutzpartei, weil ich selber für den Tierschutz arbeite. Okay, alles klar. Respekt. Und dann... Nicht so Respekt. Was heißt denn hier Respekt? Das müssen Sie überzeugen. Nein, weil er eine Haltung hat. Ja, aber die falsche Haltung. Nein, ich finde, er muss wirklich die Meinung des Gegenübers respektieren. Ja, was ist das für ein Wahlkampf? Und Tierschutzpartei ist wenigstens kreativ. Das ist doch kein Wahlkampf. Das ist auf jeden Fall... Da muss man jetzt zubeißen und muss man sagen... Nein, wenn er das so sieht. Wie stehen Sie zur Cannabis-Legalisierung? Bringt dich das dann zu mir? Mach mal einen Deal, Alter. Bringt dich das dann zu mir. Wenn er dir jetzt was verkauft, ein paar Gramm. Würdest du dann sagen, ich wähle die CDU? Jetzt müssen wir auch mal praktisch. Wir können die Kamera auch ausmachen. Sie sind doch Musikmanager, Sie haben das Zeug doch da an. Kiloweise zu Hause. Jetzt tun Sie doch nicht so. Als wenn die Kelly-Family nicht... Naja, wir haben nicht ewig Zeit. Wählst du ihn jetzt oder nicht? Ich geb dir das auf jeden Fall nicht. Jetzt nimm mal hier, lies dir das mal durch. Nimm deinen Freunden noch mal was mit. Deinen Kifferfreunden. Vielen Dank dir. Gerne. Für das Gespräch. Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Alles klar. Und viel Erfolg. Sie sind Musikproduzent. Haben Sie schon mal über einen Wahlsong nachgedacht? Ja, habe ich tatsächlich. Aber wenn Sie jetzt einen Wahlsong komponieren, würden noch mal... Welche Worte müssten vorkommen? Freiheit. Freiheit. Zukunft. Zukunft. Liebe. Freiheit, Zukunft, Liebe. Der Song ist doch fertig. Den kann er, oder? Freiheit, Zukunft und Liebe. Jetzt hier. Wie hieß unser Song noch mal? Liebe, Zukunft... Wie hieß der Song? Liebe, Zukunft... Wie hieß unser Song noch mal? Liebe, Zukunft... Zukunft, Freiheit, Liebe. Entschuldigung. Darf ich kurz was mit Ihnen singen? Das kommt auch an, wenn du meine Songs kennst. Kannst du Freestyle? Was meinst du mit Freestyle? Also so einfach mal improvisieren. Sag dir zum Beispiel Liebe, Freiheit, Zukunft. Und aus diesen drei Wörtern machst du gerade das, was du so fühlst, was dir gerade in den Sing kommt. Liebe, Freiheit, Zukunft. Liebe, Freiheit und Zukunft, Liebe, Freiheit und Zukunft, Liebe, Freiheit und Zukunft, ist für alle da. Für alle da! Spandau! Liebe, Freiheit, Zukunft. Aber Ihnen ist schon bewusst, das war jetzt ein Wahlwerbesong für die CDU. Können Sie damit leben? Nö. Okay. Ciao! Aber für mich. Er ist top. Die Sache ist, man, ohne Scheiß, kennst du dieses Symbol? Nee. Was ist das? Das ist ein Balkanium. Was ist das? Das ist das Zeichen der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands. Ah! Ja, krass, oder? Das ist halt einfach mal der Plattenboss der Kelly-Family, ne? Ihr kennt nicht die Kelly-Family? Ernsthaft? Gut, dann singe ich jetzt alle ihre großen Hits, und zwar so lange, bis ihr den Kanal abonniert habt. Sometimes I wish I... Das ist vielleicht auch irgendwie zuerst schauen. Weil wir nicht gerne auf gut frontenblenden Lens stütten zu bekommen, bis ihr alle siehst? Alles super. Das ist das, was wir nur podeigtet und meine, dass ihr allehibe. Von dem T certainen beschreiben, bis ihr alle rein? Bis hin. Das ist. Untertitelung des ZDF, 2020